So, 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 wie war das jetzt? Jetzt, 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 jetzt. Ah, wie ist das jetzt mit dem Kaffee? Welches ist die Reihenfolge? Da ist man mit sich selber zornig, muss ich zugeben. Ja, das gibt's doch nicht. Was hast du x-mal gemacht? Reiß dich jetzt zusammen. Ich wiederhole Informationen zu IC, 720 mit IC. Sind Sie doch mal ehrlich. Wenn Sie an Demenz denken, denken Sie an Alzheimer. An einen alten, verwirrten, hilflosen Menschen. Sing desert. Und so, so ist es. Vielen Dank.